Herzlich Willkommen zu einer Produktneuvorstellung. Heute möchte ich Ihnen und Euch vorstellen unser neuestes Mitglied aus der Serie der Anti Diebstahl Taschen und zwar ist dies hier der Bobby Trolley Rucksack. Die Idee dahinter kommt quasi vom Endkunden. Wir bekommen sehr viel Feedback was ein Endkunde wirklich für Erwartungen hat und haben das hiermit umgesetzt. Vier Themen dabei waren ganz ganz wichtig. Einmal es muss ein smarter flexibler Artikel sein, das Thema Sicherheit ist wichtig. Dann das Verantwortungsbewusstsein und Organisation. Von der Optik ist es die beliebt bekannte Optik von XD Design. Die Materialien sind sehr wertig, wasserabweisend, selbstverständlich schnittsicher. Auf der Rückseite absolut etabliert die Tasche für den schnellen Zugriff auf die Wertsachen Handy, Portemonnaie, Reisedokumente. Die Rollen des Crollys, das A und O. Diese sind wirklich sehr hochwertig. Hochwertige Kugellager, gummierte Rollen, also ein komfortables Ziehen. Die ist absolut möglich. Die Trolley Stange ist hinter diesem Reißverschluss in die Tasche wunderschön integriert. Für die Rucksackfunktion habe ich hier unten einen Klettverschluss. Hier vorne habe ich das Gegenstück. Ich öffne einmal diesen Reißverschluss hier vorne, klappe diese Flasche einmal um und das war schon. Schon kann ich mit den integrierten Schlaufen die Tasche aufsetzen und habe einen vollwertigen Rucksack. Diese Hülle hier generell schützt mich gleichzeitig auch vor den Rollen. Die Rollen können dementsprechend dreckig sein und die möchte ich natürlich nicht hinten an meiner Kleidung haben. Daher werden die Rollen hier vorne nochmal abgedeckt. Zu den inneren Werten. Die Tasche ist verschlossen durch ein TSA-Schloss. Im Inneren habe ich zwei Unterteilungen. Einmal ein Business- oder Technikbereich, Laptopfach bis zu 17 Zoll, Tabletfach diverse andere Staumöglichkeiten und auch hier auf dieser Seite auch nochmal ganz klar getrennt die Tasche für meine privaten Habseligkeiten. Die Tasche generell kommt aus einer WSCI geprüften Fabrik. Wir haben auch noch für den Endkunden Informationen mit dabei gelegt, wie viel Wasser durch die Benutzung dieser Tasche eingespannt werden, aus wie viel recycelten PET-Flaschen die Tasche besteht und das können wir nicht nur hier draufschreiben, das können wir auch nachweisen anhand der AWARE-Technologie. Ist hier vorne nochmal drauf gedruckt. Werde ich Ihnen unter dieses Video auch nochmal einen Link dazu posten, falls Sie da weitere Informationen gerne hätten. Ansonsten, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie irgendwas brauchen, Bilder, irgendwelche Daten oder auch ein Muster, melden Sie sich jederzeit bei uns. Unser Innendienst ist da. Wir, die wir gefangen sind im Homeoffice, sind natürlich auch für Sie da. Ansonsten gute Geschäfte, machen Sie es gut und bis bald. Vielen Dank.